Hallo Leute, wie ihr hier sehen könnt, ich zeig's mal, gerade ich gerade Star Wars The Old Republic runter. Und hier rechts oben bin ich zu sehen. Hi. Und dieses Spiel werde ich demnächst zocken. Und wollte euch nur mal Bescheid geben, da ja alle im Star Wars Fieber sind, werde ich das dann auch sein und spiele dann ein MMORPG mit Star Wars. Ja, ihr dürft gespannt sein. Also, bis dann. Tschüss.